Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe auf die zerstörte Stadt Avdiyevka verstärkt. Die Ukraine meldet den Abschuss von zehn russischen Drohnen. Alle Entwicklungen im Live-Blog Zelensky soll per Video zu US-Senatoren sprechen. Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien reisen, wie ein Kreml-Sprecher mitteilte. Am nächsten Tag wird er in Russland Gespräche mit dem iranischen Präsidenten führen. Auf die Frage, ob Putin während seiner Reise an den Golf mögliche koordinierte Maßnahmen auf den globalen Ölmärkten erörtern werde, sagte Sprecher Dmitry Peskov, solche Gespräche würden innerhalb der OPEC-Plus-Gruppe geführt, das Thema stehe aber immer auf der Tagesordnung. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird am Donnerstag zusammen mit einer politischen und wirtschaftlichen Delegation nach Russland reisen, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian ist derzeit in Moskau, um an einem Treffen der kaspischen Anrainerstaaten teilzunehmen. Moskau und Teheran haben ihre sicherheitspolitischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 verstärkt, da beide Länder von den US-Sanktionen betroffen sind. Bei einem Angriff russischer Streitkräfte auf die südukrainische Stadt Shazon wurden mindestens zwei Menschen getötet und einer verwundet, wie ein Präsidentenberater mitteilte. Terroristen, postete Andriy Jermak, der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, auf Telegram zusammen mit zwei Bildern von Leichen, die auf einem Gehweg liegen. Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig bestätigen. Die russischen Streitkräfte haben Shazon regelmäßig beschossen, seit sie sich Ende letzten Jahres aus der Regionalhauptstadt auf die andere Seite des Flusses Dnipro zurückgezogen haben. Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 10 von 17 Angriffsdrohnen abgeschossen, die die russischen Streitkräfte in der Nacht zu Dienstag abgefeuert haben. Die Drohnen seien über verschiedenen Bereichen der Ukraine abgefangen worden, teilt die Luftwaffe mit. Zudem seien 6 S-300 Raketen auf zivile Objekte in den Regionen Donetsk im Osten und Shazon im Süden abgefeuert worden. Berichte über mögliche Schäden gibt es zunächst nicht. Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. 22 unbemannte Flugkörper seien zerstört worden, 13 weitere seien über dem Asowschen Meer und über der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Immer wieder kommt es vor, dass Russland von angeblich erfolgreich abgewehrten Drohnenangriffen spricht, dann aber doch Schäden bekannt werden. Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.